hallo und herzlich willkommen wieder bei massenvogel heute wollte ich euch meine kraft vor zeugen ja meine kraft spielen halt so jetzt geht es auch los in der vierten welt habe ich eben gerade gebaut ich habe mir auch schon haus gebaut leute und ich habe schon ein paar schwerter oder zwei schwörter natürlich alles um die nacht ist wieder überstanden so wie gesagt die werbung war kurz da so die nacht ist wieder bestanden leute so das ist mein ofen kann auch mal kurz zeigen wie man offenbar also man geht es nicht auf dem menü und man holt sich dann ja also erst mal macht man sich dann so eine kiste bauen ein moment zeige ich mal kurz so eine kiste dafür braucht man braucht man gar nicht viel dafür braucht man nur kann ich euch das zeigen klar kann ich das euch zeigen dafür braucht man wo ist das jetzt die dinge keine stücke aber wenn man noch hat da ist haben wir doch so das ist das ding dann also man braucht die dinge die holz ding und dann macht man bei jedem ein kästchen und dann hat man so ein ding und dann kann man das so runterziehen aber ich hab ja schon eins da brauche ich also nicht mehr dann ja also leute da kann man dann runterziehen ja so sieht man jetzt wieder runter alles zusammen dann kann wieder weg gehen so einfach wegschmeißen jetzt habe ich aber drei davon ein frauenmilch eins kann man wasser schmeißen soll die gehen dann ist das so ich mache jetzt ein einzelnes wasser kann ich dann andere holen so habe ich ja eins okay so und schwer tag in folgendermaßen da geht man auch auf das menü aber dann geht man da macht man so eine kiste macht man die drauf drücken so und dann brücken dann braucht man hier so ein ding und dann ein holz ich habe mich hat mich hat an so geht das dann natürlich so hat man eine schaufel so und ich mein ding so mit folgendermaßen geht das noch mal ich habe ein schwert habe ich jetzt nicht die aber man kann halt ein holzschwert alles machen so jetzt wollen wir mal gucken was wir hier alles machen so mal gucken was man jetzt alles macht ne man so ok ok so kohle kriegt man übrigens in höhen her ne hier das oder holzschwert ich habe jetzt keine ahnung so keine ahnung ein zombie eh blöden zombies ah ich hab dich geklärt na da ist man selber verschwunden also ohne spinne oh mein gott leute oh mein gott ich muss mein haus ja ok leute das war ein video aber ein moment so aber ich zeige euch noch grad bevor das video zu ende ist schlafen tippt man einfach nur auf das bett drauf dann schlägt man wenn es wacht ist und beim ofen geht es folgendermaßen tippt man auf den ofen dann kommt das holz einmal da rein tun dann warten bis es brennt dann eben dann holz rein tun dann kommt kohle das nimmt man sich dann ganze Zeit und wenn man keine kohle mehr hat dann wenn man keine kohle mehr möchte dann tut man das holz wieder raus und tut man da Beispiel jetzt Fleisch rein ne so geht das also ja Leute ihr könnt ja meine Kommentare schreiben wie euch das Video so gefällt dann noch oben und dann noch unten wie es euch gefallen hat bis zum nächsten Mal Ciaoi Ciao Ciao Ciao